Hallo Jungfrau, hallo liebe Cross-Watcher, willkommen zu dieser Tarot-Kartenlegung zum September 2024. Ihr seid hier bei den Astra-Antwort-Impulsen. Mein Name ist Anje Dillmann und ich freue mich natürlich riesig, dass ihr vorbeischaut. Wenn ihr vorbeischaut, euch die Legung gefällt, freue ich mich natürlich über euer Like oder über ein Abo. Das kostet euch nichts. An alle Abonnenten natürlich und an alle Like-Spender. Vielen Dank für eure Rückmeldung. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die Jungfrau im September erwarten könnte. Wir haben hier eine Hauptenergie. Jetzt werden wir diese Hauptenergien, guck mal, wir haben zwei Energien im Bereich zwischenmenschliche Beziehung. Eine Energie haben wir im Bereich 3D-Beruf, Geld, Job, Selbstständigkeit. Wow, Jungfrau, das zieht sich schon bisher durch alle Legungen durch, dass unheimlich oft zwei Energien fallen. In einer Position und ich darf dir versichern, dass es auch bei den anderen Legungen bisher sehr, sehr spannend war. Das ist ja jetzt die sechste Legung im Tierkreis und überall sind diese Mehrfachenergien aufgetaucht. Es scheint für alle im Moment eine bedeutsame Zeit zu sein. Ja, es ist ja jetzt auch so, dass wir sehr viele markante Planetenstände haben. Saturn ist rückläufig, das fordert uns auch permanent heraus und auch der Merkur ist rückläufig bis etwa 25. August. Das kann die Kommunikation ein bisschen erschweren, das kann die Nerven kürzer machen. Der Saturn kann uns noch mal zwingen, eingeschlagene Wege zu überdenken oder sowas in der Art. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Bitte bedenkt immer, es ist eine allgemeine Legung, nur eine private Legung kann über dich persönlich und die Vorgänge in deinem Lebensfeld Auskunft geben. Was haben wir hier für eine Hauptenergie? Und wir haben eine sehr temperatvolle, das fängt schon wieder gut an, eine sehr temperamentvolle Energie für dich, Jungfrau. Das ist die potenziale Energie für diesen Monat. Das kann die Energie deines gesamten Lebensumfeldes sein. Und es kann sein, dass du es mit Leuten zu tun bekommst, die wirklich tatkräftig nach vorn stürmen, manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Aber was auch immer du erreichen willst, liebe Jungfrau, du hast das Potenzial, jetzt ein Pionier zu sein. Pionier muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass du irgendwas ganz Neues erfindest, sondern du kannst ja auch der Pionier sein, der sein Leben neu, ja, der das Buch seines Lebens ganz neu schreibt, der ein ganz neues Leben entwickelt, der neue Projekte entwickelt, neue Verhaltensweisen, neue Freizeitgestaltung, alles ist möglich. Eine sehr aktive Karte und was auch immer du tun haben willst, du solltest dafür aktiv werden und dafür kämpfen. Der Ritter der Stäbe ist ein Kämpfer und der setzt sich sehr aktiv für alles ein, was er haben will. Schauen wir jetzt mal auf den zwischenmenschlichen Bereich. Wir haben hier, uh, wir haben hier einmal die Welt. Sehr interessant. Auf der einen Seite, das ist jetzt ein bisschen paradox, was ich hier zu sehen bekommen habe. Ich habe auf der einen Seite volles Potenzial für Liebe und Beziehung, das heißt ankommen irgendwo. Was ich aber auch bei einigen von euch spüre, ihr solltet einen alten Zyklus hinter euch lassen. Entschuldigung. Ihr seid und manche von euch könnten ein bisschen hin und her sein, einen neuen Zyklus zu beginnen. Das kann auch bedeuten, das kann sich auch auf ein Gegenüber, einen Wunschpartner beziehen, so bekomme ich das rein. Ihr könnt es auch mit einer Person zu tun haben, die hier so ein bisschen wechselhaft ist und sich nicht entscheiden kann. Und was auch immer du da hast, vielleicht mit einem Wunschpartner, mit einem Gegenüber, auch wenn sich diese Person, auch wenn dich diese Person im Moment wechselhaft verhält, ist trotzdem das Potenzial für etwas wirklich Großes gegeben. Das heißt, was auch immer du bezweifelst im Moment, vielleicht bist du auch hin und her gerissen, ob du etwas Altes verlassen sollst, aber du hast hier volles Potenzial für eine längerfristige Lebensbindung. Das ist schon mal das Positive, das Gute. Die Wechselhaftigkeit ist ein bisschen, ja, nicht störfält will ich nicht sagen, aber könnte die Dinge ein bisschen verlangsamen. Das kannst du sein, das kann aber auch dein Gegenüber sein. Es kann aber auch bei euch Singles sein, dass ihr jetzt jemanden kennenlernt, der gerade dabei ist, einen alten Zyklus abzuschließen. Vielleicht hat die Person eine Verbindung hinter sich gelassen und wirkt jetzt noch so ein bisschen hin und her, als wenn sie nicht wüsste, ob sie jetzt vorwärts gehen soll oder ob sie jetzt erstmal noch stehen bleiben soll. Es können aber auch im Bereich von Liebe und Beziehung hier finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Vielleicht verlässt jemand einen alten Zyklus, muss dann aber finanziell jonglieren. Das kann auch durchaus möglich sein. Also eine sehr interessante Option, die sich hier zeigt. Also wenn ihr jemanden Neues kennenlernt, liebe Singles, dann kann das durchaus sein. Das Potenzial ist da, aber es erfordert im Moment noch Geduld, denn man ist hier noch in einer Entscheidungsphase. Du siehst hier eine Zwei und die Zwei ist immer passiv und die Zwei hat auch immer was damit zu tun, dass etwas noch hin und her geht. Du kennst die Zwei der Schwerter. Zwei der Schwerter, da ist das auch ein Problem, sich zu entscheiden. Hier kann es aber auch durchaus sein, dass finanzielle Aspekte zusätzlich noch eine Rolle spielen. Jetzt haben wir mal auf den Berufsbereich. Die Jungfrauen sind ja per se die Organisatoren, die Analytiker überhaupt. Ich drücke das ganz bewusst jetzt mal einfach astrologisch aus. Bitte nicht böse sein. Astrologie ist sehr komplex, aber richtig reine Jungfrauen, die sind eher organisatorisch, vorsichtig, sparsam, analytisch, sehr beständig. Und es sieht so aus, dass du dir im beruflichen Bereich etwas erarbeitet hast oder erarbeiten wirst und eine gewisse Leitfunktion übernehmen könntest. Am Arbeitsplatz kann es einmal sein, dass du so ein bisschen zum Leadership avancierst und es kann aber auch sein, wenn du selbstständig bist, ja, vielleicht wirst du hier, vielleicht bist du im Moment noch allein unterwegs, aber es kann durchaus sein, dass du vielleicht ein Team führen wirst oder vielleicht Unterstützung brauchst und so Chef oder Chefin wirst. Kann auch sein, dass man sich am Arbeitsplatz überlegt, aufgrund deiner Fähigkeiten, deiner Analytik, deiner Sparsamkeit, deiner Effektivität, dich tatsächlich in eine Führungsposition zu bringen. Die Leute unter euch, die überhaupt keine Arbeit haben, die könnten jetzt auf eine weibliche Chefin treffen, die sehr warmherzig, kreativ ist und die euch möglicherweise hier auch etwas anbietet, was für euch sehr interessant sein wird. Also es sieht schon mal hier vielversprechend aus. Wichtig ist, dass du dich, auch wenn irgendwelche Dinge in deinem Leben noch nicht so laufen, sehr vehement und aktiv für deine Interessen einsetzt. Zu impulsiv, liebe Jungfrau, solltest du nicht sein, aber eigentlich besteht bei dir die Gefahr auch nicht, weil Jungfrauen in der Regel nicht impulsiv sind. Die haben, Jungfrauen gehören ja, die Jungfrau gehört ja zu den R-Zeichen, die pressen meistens nicht so nach vorne, die überlegen sich langsam und reiflich, was sie sagen oder tun, aber wir haben hier halt so eine feurige Strömung bei dir drin. Das kann durchaus sein und ich habe ja auch im Beruf Geld, Finanzen, Projekte eine Stabenergie drin. Das heißt, du als Jungfrau wirst jetzt gerade mit Feuer so ein bisschen reichlich gesegnet und das ist sehr gut für dein Vorankommen. Schauen wir mal auf die erste Woche im September. Guck dir das an. Heiliger! Guck dir mal diese Kombi an. Wir haben auf der einen Seite die Herrscherin und jetzt auch noch die Königin der Kelche. Und die Königin der Kelche liegt vor der Herrscherin. Das heißt, wo du vorher eher passiv warst, wo du vorher eine Königin warst oder ein König, fühlt euch bitte nicht ausgegrenzt, liebe Männer, werdet ihr jetzt zur Kaiserin, zur Herrscherin. Das heißt, ihr vereint alle Königinnen in euch. Ihr beherrscht alle Elemente und die Kaiserin steht wiederum dafür, dass man beruflich eine höhere Position einnimmt. Ja, das könnte auch. Ich habe ja hier auch noch die Königin der Stäbe. Dann haben wir auch noch die Königin der Kelche. Und wenn man führen will, ist dieses Mütterliche, was die Königin der Kelche hat, ganz, ganz wichtig. Man kann nicht kalt und analytisch führen. Um Menschen führen zu können, muss man sie verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sie wahrnehmen. Man muss sie in ihren Ressourcen. Ja, ich schmeiße jetzt mal so einen Fachbegriff hier rein. Diversity Management. Ja, man muss sie ihren Talenten entsprechend wahrnehmen und das auch spiegeln und sie so eben zufrieden machen, dass sie sich verstanden fühlen. Wir sind aber hier nicht im Managementkurs, sondern wir sind ja hier beim Kartenlegen. Und was ich hier fühle, ist, einmal der Bezug zu Liebe und Partnerschaft, weil ich habe ja hier auch noch die Welt liegen, die höchste Karte im Tarot. Und das kann sein im Bereich Liebe und Partnerschaft, dass man irgendwo ankommt, den richtigen Partner findet, der später ein Lebenspartner wird. Und guck dir das mal an. Herrscherin steht immer dafür, dass du für irgendeine Person die richtige Person bist. Die richtige Frau, der richtige Mann. Ja. Und das bist du deswegen, weil du das Herz auf dem rechten Fleck hast. Du bist jemand, der auch mal abwarten kann. Du bist jemand, der emotional ist. Jemand, der auch feinfühlig ist. Und das ist eine gewaltige Kombination vor allen Dingen im partnerschaftlichen Bereich. Hier könnte es bei einigen Leuten sein, dass es zwar im September noch so ein bisschen hin und her geht mit der anderen Person oder dass ihr selber noch schwankend seid, aber dass es dann mit Riesenschritten dahin geht, dass eine Gegenseite, sage ich jetzt, dass das Gegenüber, egal ob Mann oder Frau erkennt, dass ihr hier die wahre Herrscherin seid. Und die Herrscherin, der Herrscher steht immer für den Partner, der an die Seite eines Menschen gehört. Sehr vielversprechend. Auch im beruflichen Bereich. Ich habe hier jetzt schon zweimal den Hinweis auf eine Führungsposition. Zweimal den Hinweis darauf, dass hier im beruflichen Bereich auch Weiterentwicklung anstehen könnte. Und wirklich spüre das ganz deutlich, dass bei einigen von euch, die längerfristig arbeitslos waren, hier tatsächlich eine weibliche Chefin auf den Plan treten könnte, die sehr viel Herz hat und Mitgefühl und hier euer Leben, eure Interessen fördern könnte. Irgendwas gefällt dieser Person an euch, dass ihr vielleicht Ideen habt, dass ihr Pioniergeist habt, dass ihr so begeistert seid für irgendetwas, weil das der Ritter, der Stäbe spricht, auch für Leidenschaft und Begeisterung. Hier liegt es aber in der allgemeinen Lebensenergie und nicht im Bereich der Liebe. Deswegen werte ich das im Bereich von wegen, du bist begeisterungsfähig, du hast Ideen, du bist kreativ und das gefällt irgendeiner Person. Es kann durchaus sein, dass ein längerfristiger Zyklus von Armut hier beendet wird. Hier haben wir jetzt die Zehn der Stäbe und die Zehn der Stäbe ist zwar auf der einen Seite Energie, ja man muss viel leisten, schon wieder eine Stabenergie, Jungfrau. Die erste, die zweite, die dritte Stabenergie. Dieser Monat, liebe Jungfrau, wird sehr aktiv und egal wie stressig es wird, wie viel es ist, du durchbrichst alle Blockaden. Und staunend werden die Menschen dir hinterher sehen. Das ist nämlich hier auch so ein Aspekt in diesem Kartendeck. Hier spricht man nicht nur von Stress und Überlastung. Ja, es ist viel, aber du wirst das alles mühelos meistern. Welche Belastung auch immer auf dich zukommt, du durchbrichst alle Blockaden, Jungfrau. Mit dieser Begeisterung, mit dem Herzblut, das du investierst, egal in welchem Bereich, egal welches Hindernis, du siehst ja, guck mal, der Zaun, diese Zehen, weichen auf die Seite, damit du durch kannst. Gefällt mir gut, liebe Jungfrau. Woche 3? Nein, Gott und Vater, nee. Was hast du vor, Jungfrau? Hier haben wir den Stern liegen, die Wunscherfüllung, die Erfüllung von Träumen. Du bekommst wahrscheinlich in der dritten Woche im September Eingebungen. Guck mal, die Frau, die hat den Finger im Himmel und das Schwert auf der Erde. Das heißt, da ist eine starke Verbindung zwischen Kosmos und irdischem Leben und das alles fließt durch dich hindurch. Du hast eine wunderbare Anbindung in diesem Monat und auf irgendeine wundersame Art und Weise, du bist irgendwie auf dem richtigen Weg, Jungfrau. Wie auch immer, partnerschaftlich und beruflich. Hier kann es tatsächlich beruflich um einen Traumjob gehen und hier kann es ebenso um eine Traumpartnerschaft gehen. Und ich sage das, und das habe ich jetzt auch bei den anderen Sternzeichen gesagt, liebe Crossfutcher, aber ich kriege es ja hier auf den Tisch, also was soll ich anderes sagen? So Wahnsinn. Eins, zwei, schon mal drei große Arkanen, die sich hier reingemogelt haben in das Kartenbild. Und das sind auch noch Arkanen, die alle für das Ankommen am Lebensziel sprechen könnten in der Partnerschaft. Einmal ziemlich klar, auch wenn es noch so ein bisschen, auch wenn man sich noch ein bisschen flexibel anpasst und es fähig zeigen muss. Und beruflich sehe ich da ganz, ganz große Chancen für dich. Was auch immer. Die Jungfrau ist immer sehr bescheiden, aber komm ein bisschen raus aus der Bescheidenkeit und greife nach den Sternen. Das ist wirklich das, was ich jetzt hier zu dir rein bekomme. Es ist eine bedeutsame Zeit und egal wie viele Planeten rückläufig sind, hier soll es für dich vorwärts gehen, liebe Jungfrau. Ich bin beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ja, du wirst ein sehr wichtiges Ziel erreichen, irgendeine Wunscherfüllung, aber damit ist die Arbeit, liebe Jungfrau, noch nicht getan. Das kann ja auch um finanzielle Stabilisierung gehen. Ja, wir haben ja, die zwei der Münzen ist so ein bisschen wenig. Die drei der Münzen hat man sich schon bei was erarbeitet und bei der vier der Münzen wird das Geld auch schon mehr. Das heißt, du hast hier einen finanziellen Zufluss und das, was vorher wenig war, wird immer mehr. Hier geht es um Konsolidierung. Du hast etwas erreicht, aber wir dürfen immer nicht vergessen, wenn wir irgendein Ziel erreichen, müssen wir das festigen, konsolidieren, um wieder auf eine höhere Ebene zu kommen. Also du hast eine impulsive Energie. Ja, das ist auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite kann man auch schon mal die Tendenz haben, zu sehr übers Ziel hinaus zu schießen. Hier geht es jetzt um Konsolidierung. Hier ist eine Wunscherfüllung zu sehen. Guck mal, du sprichst alle Blockaden. Nichts ist dir zu viel. Du erreichst ein wichtiges Lebensziel, aber manchmal kann es auch sein, dass du dich selber zu klein hältst. Denn das Potenzial, das ich hier finanziell fühle, ist größer als das, was hier liegt. Weil die vier der Münzen kann einmal festigend sein, das ist ja auch gut, aber man kann sich auch durch die vier der Münzen selber begrenzen, weil man es so sehr am Bewerten festhält. Und es könnte von dir verlangt werden, liebe Jungfrau, dass du aus den alten Schuhen in neue Schuhe schlüpft. Und das erfordert von dir ein Umdenken. Das wird interessant, weil die vier der Münzen möchte ich... Wo sind denn meine Karten? Ach da. Ich muss mal irgendwie... Habe ich meine Lennys verschleppt? Ich hole mal eben die Lennys dazu. Das mache ich einfach manchmal. Dann habe ich irgendwas in der Hand und dann mache ich was anderes. Dann schleppe ich die Karten irgendwo hin, lege sie irgendwo hin und bin mir dessen gar nicht bewusst. Nein, ich habe keinen Alzheimer. So, bitte, was bedeutet die vier der Münzen hier? Weil im Gegensatz zum Stern und zu dem, was hier ist, sind die vier der Münzen eine Begrenzung. Und diese Begrenzung, die könnte aus dir selbst kommen, liebe Jungfrau. Zu sehr am Bewerten festhalten, das ist einerseits nicht verkehrt, andererseits muss man manchmal ein bisschen mutiger sein, innovativer sein, kreativer sein. Ja, schauen wir mal, was die vier der Münzen zu bedeuten hat. Ob das jetzt eher eine hemmende Energie ist oder nicht. Ja, hier ist so ein bisschen Unentschlossenheit, sehe ich bei dir. Die helle Seite der Wolken zeigt aber zu dem, was gleich kommt. Unruhe, Unentschlossenheit. Vielleicht macht ihr das alles noch so, macht dich das alles noch so ein bisschen unsicher, die ganze Entwicklung, weil wenn man vielleicht lange Pech hatte, liebe Jungfrauen, liebe Crosswatcher, dann hat man manchmal Angst, voranzugehen. Vor allen Dingen, wenn man schon mal was verloren oder draufgezahlt hat. Kann schon sein. Vielleicht bekommst du irgendeine Arbeit, wo du etwas mit der Öffentlichkeit zu tun bekommst. Hier könnte es auch dafür stehen, dass man vor lauter Lampenfieber die Luft anhält. Weil das hier steht auch immer für eine Leitfigur. Wir haben hier die Öffentlichkeit liegen. Liebe Jungfrau, hier könnte irgendwas in dein Leben kommen, wo du dann das Gefühl hast, dass es dich überfordert. Aber wir haben ja die Zehen der Stäbe, die spricht auch manchmal dafür. Aber hier wird ja schon gesagt, du gehst erst durch die Blockade durch und hinterher wirst du dann nervös und hältst am Bewerten fest. Ja, okay. Jungfrau, mach dir deswegen keine Sorgen. Das schmälert deinen Erfolg nicht. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und wenn du das alles ein paar Mal gemacht hast, was auch immer das sein soll, es kann auch was Bedeutungsvolles sein. Vielleicht gehst du in die Politik. Wer weiß und wirst unser nächster Bundeskanzler. Naja, Scherz beiseite. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass du, könnte auch irgendetwas mit einem Treffen sein, dass sich irgendwie jemand nicht zu einem Treffen kommt. Keine Ahnung. Also ich kriege da keine so genaue Auskunft. Auf jeden Fall haben wir hier keine einzige kritische Energie liegen. Das könnte aus dir selbst kommen. Aber es könnte auch hier darum gehen, dass sich irgendwelche Leute in diesem neuen Entwicklungsprozess unzuverlässig zeigen. Das kann zum Beispiel hin und weil wir haben ja auch eine Zwei bei eventuellen Partnern gegenüber Wunschpartnern, dass jemand zum Treffen nicht kommt, weil man weiß noch nicht, was man will. Das kann auch sein. Das könnte dich ein bisschen ausbremsen. Aber ich sage dir was, lass dich von solchen Dingen nicht beeinflussen. Privat ist eine Sache, beruflich ist eine andere Sache. Ja, so ist das. Schauen wir mal, was die Quintessenz sagt. König der Münzen. Ganz, ganz wichtig, weil du solltest dich in dein Potenzial entwickeln und hier haben wir einen König liegen, hier haben wir keinen Ritter oder Buben liegen, sondern wir haben hier einen König liegen. Und was gerade bei mir reinkommt, dass du irgendwem zur Seite stehst, macht dich, bei irgendwas macht dich unentbehrlich. Das ist das, guck mal auf das Bild. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen stehen, dass du vielleicht einen neuen Chef, einen neuen Chef bekommst, dich unentbehrlich in der Assistenz machst und deswegen auch aufsteigst. Wichtig ist aber im Privatbereich, dass du genau die Personen in dein Leben lässt, die wissen, wer sie sind, die wissen, was sie wollen, die sich selbst ernähren können, die aus sich selbst raus leben können, die also nicht in der Bedürftigkeit sind. Das wollte ich noch dazu sagen. Eine sehr, sehr interessante Kombi. Vielleicht kriegst du es auch im zwischenmenschlichen Bereich oder jemand aus der Familie, könnte das auch sein, der gerade nicht so viel Geld hat oder die gerade nicht so viel Geld hat oder die Schwierigkeiten oder der Schwierigkeiten hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Jemand, der an deine Seite kommt, liebe Jungfrau, sollte in der Lage sein, sein Leben zu bestreiten. Wobei das immer passieren kann, dass man mal arbeitslos wird, aber es gibt immer Mittel und Wege, da wieder rauszukommen. Sei es denn auch, dass man erstmal eine Arbeit annimmt, die vielleicht nicht ganz so gut passt, um dann wieder irgendwann irgendwas Neues zu finden. Schwierig wird es natürlich, wenn man älter ist oder irgendwelche Gebrechen hat. Vielleicht verzögern sich Dinge im Privatbereich, weil das Gegenüber vielleicht im Moment mit den Finanzen so ein bisschen jonglieren muss. Du auf jeden Fall nicht, liebe Jungfrau. Das wird für dich ein sehr interessanter Monat. Du hast alle Möglichkeiten offen, wirklich ganz aktiv für deine Ziele und Interessen einzutreten, sowohl in der Liebe wie auch im Beruf. Liebe Jungfrau, wenn dir das Reading weiterhelfen konnte, freue ich mich nochmal über dein Däumchen oder über ein Abo. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele neue Erkenntnisse und bleib mir schön gesund. Mach's gut!